Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier in Saartal und wir dürfen herausfinden, als angehender Magier, was es hier für Gefahren gibt. Bis jetzt wurden wir von verschiedenen Draugel angegriffen. Hier drüben dürften noch ein paar Pfeile liegen. Wir haben die Runen kennengelernt und hier ist ein Vulkanglasdolch, der nehmen wir mit. Oh, das ist ja nichts. Das ist schon was. 1440 ist's wert. Oh, waren das jetzt alles? Waren das alles? Hm, Dedra? Pfeile? Nein, das waren eben Erzpfeile, wenn überhaupt. Dann haben wir noch die Rune auf dem Boden kennengelernt. Ach, hab ich ja gerade schon gesagt, oder? Außerdem knurrt unser Magen. Das macht doch nichts. Das ist nur so ein Feuerschalenhalter. Aha. Unser Meister, der Magier-Meister, der ist immer noch unten. Der ist nicht nachgekommen irgendwie. Ach, war das vorhin auch schon da? Auch Geld. Ein toller Rubin. Beschädigte Bücher. Totenschädel. Na, den lassen wir jetzt aber hier. Ebenerzpfeil. Das ist gut. Vielleicht ist das sogar unser noch. So, rein hier. Eisentür. Achso. Na, ich glaube, hier ist jetzt aber nichts Gefährliches mehr. Da müsste auch gleich der Ausgang schon sein. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, das hier jemals schon mal gemacht zu haben. In so einer Höhle war ich doch noch nie, oder? Oh, ein Pilz. Da. Gefährliche Fallen. Dumm gelaufen, ja? Was machen wir denn hier? Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Zu spät. Achso, hier wirklich. Der kann uns nicht sehen. Der kann uns nicht sehen. Der kann uns... Das ist ja nur ein Wicht. Oh, der hält aber was aus. Was? Was? Versicht doch! Schrei uns nicht so an! Wir sind sehr empfindlich. Du kannst, während wir dich treffen, uns noch... taunen! Ich dachte, das geht gar nicht. Wum! Ja, wir können das auch, aber... Du standst im Weg. Da funktioniert das nicht. Aber wir haben... Hey! Das ist aber laut. Mann, du, Lump! Ich glaube, den haben wir. Oh, der ist was wert. Ausnahmsweise nehmen wir den mit. Okay, abgemacht. Können wir eine Rüstung hier über unsere Robe tragen? Fällt mir gerade so ein. Wir wollten doch sowieso hier die schwere Rüstung mal skillen. Haben wir das Amulett? Das vom Saartal haben wir noch, ja. Ebenerdschild. Trinkt keine Wärme. Ah, was ist das? Novizen-Raube der Zerstörung. Zerstörungssauber kosten 12% weniger Magiker. Magiker regeneriert sich 50% schneller. Aber ich dachte, wir hätten auch irgendwas cooles gefunden. Wir haben doch auch... Haben wir nicht? Ich dachte, wir hätten schwere Rüstungsteile gefunden. Hm. Ja, scheinbar wohl nicht. Oder wir haben sie nicht mitgenommen. Ah, okay. Oh, die Maus wieder. Das kann aber mal ins Auge gehen. WAL, WAL, WAL. Überall Wale sehe ich nur hier. Vögel. Würmer. Kerzen. Noch mehr. Aha. Ist das richtig eingestellt für uns? Wer die Wahl hat, das kann, das ist nie richtig eingestellt. Wir haben irgendwo was übersehen. Hänge muss. Ja, übersehen haben wir was, aber... Was? 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 Da hatten wir ja auch schon mal, dass da irgendein Symbol drauf war. Irgendein Rätsel. Äh, die Lösung zu irgendeinem Rätsel. Sexy. Schlangen, die sich selber in den Dings beißen. Ach, dahinter. Da ist doch was. Da ist der Wal. Da ist der Adler. Okay. Ah, so geht das. Das ist einfach. Da ist der Wurm. Die Schlange. Und da ist der Vogel. Ja, der Adler. Gut, 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 gut. Und hier hinter ist der Aal. Der Wal. Dahinter ist der Vogel. Der Adler. Das ist das Eule. Adler. So, dann machen wir an das Ding. Oh, Moment. Da ist ja noch was für uns. Ich war's nicht. Das ist doch ein Trick. Ich hör doch wieder was. Das waren wir selbst. Na gut, dann sind sie eben oben. Hey, noch ist er ein Fürst. Hey. Au. Wow, wir sind am Ende. Halt, 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 halt. Lass das. Lass, lass. Warte, 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 warte. Keine gute Idee mit dem Ding. Hier kommen wir nicht weit. Aber wir können ja das hier. Aber dafür hat er überhaupt gar keinen Schaden. Oh, okay, komm schon. Vorsicht! Hat sich jetzt alles wieder verstellt? Oh, das kann eine Weile dauern jetzt. Oh, okay. What? Oh, okay. Oh! Oh! Oh. Oh! Mando, mit deinen dünnen Krallen da. Uh, Ebenherz. Okay, wir tragen zu viel. Ich verstehe das ja. Zwergendolch. Du immer, Dolch. Ja, weg damit. Ja, warum haben wir das gerade nicht ausgerüstet? Oder das? Wir gehen dahin mit einem Schild. Oh, was ist das? Starb des Frostbisses. Ein Kältestoß, der Gesundheit und Ausdauer acht Schadenspunkte pro Sekunde zufügt. Sowas haben wir schon. Ach, ich möchte das aber nicht alles abgeben hier. Da können wir vielleicht ein bisschen was essen. So viel können wir nicht essen, aber trinken. Nein, wir legen das gerade alles ab, oder? Gib mir das zurück. Dann... Ziehen wir eben diese Stiefel des Ochsen an hier. Da können wir doch jetzt ganz schön viel tragen. Sogar mit diesen Stiefeln. Hm. Ach so, linke und rechte Hand. Haben wir nichts... ...besseres? Was Kleineres? Ja, die Axt hier zum Beispiel. Oh, das ist gut. Okay. So schaffen wir das. Kein Problem jetzt. Hey. Sind die Dinger immer da drin? Gutes Versteck? Okay. Ja, da ist nichts. Hm. Da drüben auch nicht. Da ist was. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht so einfach rüber, oder? Wuh! Oh, nichts drin hier. Geht einmal wieder zurück. Geht nicht mehr. Dann gehen wir eben hier durch. Oh, Schubnormschiemen der Alchemie. Die Wirksamkeit gebrauter Tränke wird um 15% gesteigert. Stahlschwert ist gar nichts wert. Ich habe gerade so überlegt, da mit einem Pfeil drauf zu schießen. Ah, das geht. Atomkrieg. Schubnormschiemen der Alchemie. Vielleicht, ja. Fischer. Schlange. Walfisch. Das ist ja eine Art Khajiit oder so. Oder auch nicht. Aber das sieht doch so aus. Hm. Vom Gesicht her. Aha. Das soll bedeuten, Schlange? Wahl? Genau wie oben. Oben drüber steht es nochmal in kleinen. Das ist wirklich eine Prüfung hier. Und da Wahl und Adler. Wahl und Adler. Steht auch nochmal drüber. Also, das sind die ganz einfachen Sachen hier. Was war das? Haben wir das vergessen? So. Wahl. Adler. So, fertig. Nee, hier muss noch der Wahl hin. So. Ja. Ich war es nicht. Oh, hier ist ja viel mehr los, als ich dachte. Also gucken wir uns das weiter in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.